Der tut jetzt hier, der tut jetzt, was ist dein Name? Mein Name ist Modu. Modu? Modu. Modu. Ah ja, das ist jetzt der Modu. Jetzt habe ich gerade gesehen, hier ist ein kleiner Fluss. Es ist ein kleiner Meer. Ah ja. Und jetzt preparest du das Boot? Ja. Mhm. Und also, du gehst mit diesem Boot und dem River? Ja, du gehst mit diesem Boot und dem Kayak. Ah, du rentierst dieses Boot? Ja, ja, ja. Und da ist ein Driver, Mann, oder? Ja. Ah, okay. Du kannst auch das Boot auch rentieren. Ja, ja. Und gehen mit dem Mann. Mit dem Motorrad. Mit dem Motorrad. Ja, ja, ja. Ja, ja. Es ist wie in der Casa Mars. Ja, ja, ja. Ja, ja. Wie in der Casa Mars. Das ist sehr schön, was? Nein.